Moin Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Minika Freedom. Dabei ist der Sammy. Sag mal hallo. Hallo. Ja, und zwar ist die Mauer immer noch nicht fertig. Du musst jetzt das Neue sagen, was ich jetzt bin. Was? Ähm, und zwar habe ich noch euch was zu sagen. Und zwar mit Sammy jetzt könnte ich Zauerspielen und nichts zerstören, aber mich angreifen. Ja, aber die Hunde dürfen natürlich auch nicht mitmachen. Also dann wäre es richtig unfair. Und außerhalb der Aufnahme hat König Zauerspielen mal die Wand mal gesprengt. Und das war diesmal nichts der Sammy. Sammy will sowas nicht tun in unserer schönen Welt. Und er baut sich jetzt noch einen Stock, das kann ich euch noch mal zeigen, da hinten. Sieht schon mal gut aus, wie es erste. Muss ja nicht erst mal ganz so groß sein, hauptsache. Ja, du kannst ja noch so einen unterdischen Keller bauen. Wenn du willst, oder eine weitere Etage, wie du willst. Kannst du so bauen, wie du es willst. Ich habe viele Ressourcen. Ja, wir. Aber Rüstung habe ich im Moment gut viel. Ich viele Ressourcen. Achso, ja. Okay. Es heißt nicht mehr wir. Warum? In unserem Dorf, der sich, wo ich jetzt die Mauer dicke mache, ist es immer noch unsers. Da ist ja noch sein Haus. Dein erstes. Ja, und wo hat Edgar getötet? Edgar. Edgar Edgar. Das aber noch von dir leeren, das Haus. Dia, ja? Ja. Der war auch schon mal in der Welt. Achso, ja, 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 ja. Und er hat dann, er wollte ja nicht mehr. Und dann hat er seine Sachen weggelegt und dann ist Sammy dann gekommen. Sehr komische Geschichte. Aber ist scheißegal. Wichtig ist, wichtiger ist, dass man das Video als Projekt da ist. Das mögen noch die meisten. Obwohl du jetzt zwei Zuschauer hast. Im Moment. Vielleicht abonniert mein Freund Michael mich noch. Weil, naja. Ich soll ja sein. Ich abonniere noch seinen Kanal. Und er wird da bestimmt meins abonniere. Was denn? Wer hat euch das beigebracht, dieses YouTube? Ähm, naja. Boah, du hast mir das beigebracht, das ich, dass man das und auf YouTube so wie das hochladen kann. Hast du mir beigebracht? Dann hat mein Freund Michael so erfahren, dass ich so wie es gemacht habe. Dann hat er gefragt, wie machst du das? Dann habe ich gesagt, über Mobizen. Und dann hat er sich runtergeladen. Dann hat er jetzt mal eingestellt und so, ihm eine Adresse und so. Dann konnte er aufnehmen. Und wenn ihr sein Kanal wisst, war ich das. Ich weiß nicht, ob ich es da sagen darf. Aber, nee, eigentlich möchte ich es ja gar nicht. Deswegen lasse ich es noch geheim. Man muss es eigentlich weitererzählen. Ähm, wenn er es aber nicht möchte, möchte er aber auch. Mehr Abonnenten? Dann verdient er irgendwann kein Geld. Ja, aber er möchte es noch geheim lassen, oder? Okay, ich sag's euch. Ähm, dein Kanal heißt Michael Wickert. Und abonniert ihn, wenn er was. Und mich natürlich auch. Mein Kanal findet man voll einfach. Muss man sagen. Oh, ich brauche jetzt mehr Steine. Nee, das ist ein S-K-Wieder. S-K-A-S-K-A-A-A-A. Und ich habe schon richtig gut ausgebaut. Ich glaube, hier kann ich mal was hinbauen. Hier kann ich hier den Training-Aren bauen. Wie wär's? Ja, mache ich hier. Weil es ist schon... Wir müssen noch eine Arena für uns machen. Äh, küsse. Ach so. Eine Arena. Ja, die... Ich bin nicht so der Arena... Ich bin nicht so... Ich kann nicht so gut Arena bauen. Das ist doch nicht so schlimm. Die muss nicht schön aussehen. Muss ich wohl. Auf der Map muss alles schön sein. Was denn? Ja. Wie, der muss immer schön sein. Aber ich habe auch hier viel zu tun, Frieden. Ich glaube, du bist irgendwie durchgeknallt. Äh, nein. Deine Sicherung ist durchgewarnt. Nee, mein Gehirn ist Matsch. Wo ist denn der Gehirn der Matsch war? Wo ist diese Mappen-Mot? Wir brauchen die eigentlich. Und da kannst du mich mit den Gehirn in der Matsch abschießen. Oh, ich habe keine... Ich hole mir gleich wieder Fackeln. Ich habe keine mehr. Hm, ich habe auch keine. Ich habe richtig viel Kohle. Wie soll ich sag's da? So 10 Stacks oder so. Ich habe gefarmt. Ich habe mit Glück 3, mit meiner Diamant-Spezake mit Glück 3, Halbkreis 3 und Effizienz 5. Was hat er denn noch gerade? Du kannst ja ruhig was rausnehmen, ein bisschen. Hm, ich auch nicht. Ich hole mal ein bisschen Dings. Und jetzt übrigens, mein Intro wird heute kommen, glaube ich. Ja, mein Intro wird heute kommen. Das ist jetzt nicht so geil, aber auch auf jeden Fall, auf jeden Fall gut. Und danach kommt so ein Outro. Das ist ein Outro, das nach dem Video kommt. Ach so. Ah, ah, ja, ja. Soll ich ja auch ein paar Fackeln machen? Hm, ich habe ja so 99 noch übrig. Warte, ich schicke's. Ich komme mal zu dir, ich gebe dir ein paar. Ah, der ist schwer. Gar nicht. Doch. Da, ich habe die vor die Tür 29 Fackeln hingeschmissen. Braucht man ja. Oh, ja, das kann ich mitnehmen, Steine. Steine? Ich fahre mir noch Steine. Ich glaube, ich mache so eine Markierung, wo das ist. Da, wo dieser Dings ist. Also, du weißt, was ich meine. Da, wo meine Hunde trainieren. Wo meine Hunde trainieren können. Trainieren kann. Also, wo sie trainiert werden. Mein Trainingslager. Ich fahre mir noch mal Karotten auf. Ja, kannst du machen. Und Melonen. Ja, aber dann wieder nachpflanzen. Natürlich. Ja, ja. Melonen brauchen wir nicht mehr nachpflanzen. Das nicht. Also, ich bin, von mir aus könntest du die Monster anmachen. Dann mir wird es nicht liegen. Was? Dass du die Monster anmachst. Ja, du weißt. Obwohl ich jetzt ein eigenes Dorf habe. Ja, dann. Ja. Ja, gut. Ja, du hast ja ein eigenes Dorf. Das weiß ich ja. Und deins ist mehr geschickt. Das große ist nicht meint. Das ist unsers. So. Ich bin noch ein Zarrot. Ja, trotzdem, aber... Du spielst aber nicht immer die Rolle. Also, du spielst, du bleibst still, aber... Ähm... Du baust ja noch für Frieden. Deshalb. Das Dorf heißt ja nicht Frieden. Das hier, diese Welt heißt ja Frieden. Also... Frieden ist ja ganz in der Nähe des Dorfes. Das ist Frieden. Und was nicht Frieden ist, ist ganz weit weg. Frieden ist die kräftigste letzte Welt. Frieden ist ja nicht Frieden. Ja. Das ist doch nicht. Nein, 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 nein. Ja, da geht er nicht. Mama fällt mich nicht. In Netta ist es... Warum? Ja, stimmt. In Netta ist es ja nicht friedlich. Das ist halt. In Netta ist es halt nicht friedlich. Wenn man die Monster auch macht, sind da Ghasts, Blazes. Hallo? Ist du irgendwie krank? Nee. Die Sarskelette sind auch fies. Die geben einem den Effekt wohl da. Hallo? Mein Pferd ist besser als dein. Doch, man kann Zaun hochspringen. Zwei Blöcke Zaun. Meins kann auch. Man kann auch zwei Blöcke stehen. Aber nicht. Hier, guck. Hier sind zwei Blöcke Zaun. Guck mal. Da drüben. Meins kann bestimmt nur eins. Aber das... Aber meins muss doch was Stärkers haben. Warum? Ja. Darum. Darum, darum. So leuchte ich mal ein bisschen aus. Hier ist der Eingang nämlich. Und dort steht auch ein Neidorm. Okay, ich glaube es... Okay. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen gefallen, weil ich so viel gelabert habe. Aber egal. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal und ciao. Oh! Okay.